Hallo. Würden Sie uns sagen, was Sie hier tun? Ja, mein Name ist Ursula Flormann. Ich arbeite hier beim Kinderschutzbund ehrenamtlich. Mittwochs nachmittags gibt es immer Waffeln. Ansonsten besetze ich hier die Zentrale und empfange die Besucher. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Hallo. Würden Sie uns sagen, was Sie hier tun? Hallo. Ich heiße Klaus und ich arbeite hier im Weltladenhagen. Ich mache hier Ladendienst und ich arbeite hier ehrenamtlich, weil ich denke, ein Leben ohne ehrenamtlich für andere da zu sein, das ist so wie Fahrradfahren mit angezogener Handbremse. Hallo. Können Sie uns sagen, was Sie hier machen? Ja, erstens. Ich bin die Frau Lachspöferer und bin bei der Hammertafel. Ich sortiere, also Brot, Brötchen, Kuchen für die Menschen, die Mensch gelten. Dann mache ich das nicht. Hier sind die anderen. Hier sind die anderen. Hier sind die anderen. Hier sind die anderen. Wo ist es? Hier ist sein Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020